Und dann geht's mal weiter jetzt. Und da liegt wieder was. Ich hab die Adleraugen. Wieder eine Truhe, geil. Ah, leider voll. Die Munition haben wir voll. Nicht darunter! Lara, nicht! Alter. Da geht's tief nach unten. So, mit der Pumpe tun wir jetzt hier mal reinballern. Ne, nicht mit dem. Sondern mit dem Schrote der... Weil dafür ist das Maschinengewehr nicht so gut. Ich verspreche's dir, Sam. Hey! Sie hat das Fettgerät! Sam! Sam! Lass sie in Ruhe, ihr verdammte Schweine! Lass sie sofort in Ruhe! Oh Gott, ey. Blöden Idioten. Die werden wir jetzt retten. Die Gute. Hm. Ist das so eine gute Idee, jetzt da dran zu springen? Ich mach's einfach mal. Ja, passt. Ich hab gedacht, das wär ein bisschen knapp gewesen, aber... Ist nicht so... Boah. Niemand war da. Genau, Flugzeugtrümmer. Ich geh und seh nach. Ah. Den zieh ich gleich da runter, wenn's geht. Hier ist nichts. Verdammte Ruinen. Auf der Insel bricht bald alles zusammen. Ah, ich bleib mal ganz ruhig hier. Ich bin jetzt mal nicht hochgeklettert, weil... Ich will jetzt mal schleichend angehen, wenn es möglich ist. Also es geht ja nicht immer. Meistens müssen wir ja laut sein, aber... Ja, mal gucken jetzt. Nicht mit dem Schrotgewehr, du Idiot. Lass ihn nicht auslaufen, Mann. Das Zeug ist Goldpferd. Wir müssen voran... Ah, gute Idee hier. Ja, warte. Ich seh nach. Ich brauch Hilfe. Was macht denn der hier? Was macht denn der Idiot hier? Der lebt immer noch. Scheiße. Boah, voll ins Face, Alter. Alter. Scheiße. Geh in Deckung. Ich komm mit der Pumpe. Jetzt reicht's mir langsam. Paz. Bams. Bams. Geh sterben, mein Freund. Du hast nichts anderes verdient. Boah, die gingen ganz schön ab hier. Die gingen richtig gut ab. Geh drückt, um zu zielen. Okay. So, jetzt zündet's da alles an. Ah, so hätten wir die Feinde auch killen können. Ne, obwohl... Ne, weil die Lampe... Also die Laterne war ja hier vorne direkt. Also hätten wir die nicht damit killen können. Okay. Naja. Hier ist nix drin, okay. Die Vase ist kaputt. Okay, dann geh ich... Wo soll ich hin? Hier hinten gibt's, glaube ich, nichts mehr, oder? Ich schau mal gerade danach. Seid wachsam. Wir sehen nach. Ah, komm. Gehen wir... Ah, ich komm hier. Hilfe still! Ich pumpe euch alle mit der Schrot weg. Darauf könnt ihr Gift nehmen, meine Freunde. Oh. Wo schießen die? Wo sind die Idioten? Alter, wie treffen die mich? Goll, die schießen einfach mal drauf, obwohl ich da gar nicht war. Die haben mich gar nicht gesehen. Aber hauptsache mal geschossen, ne? So seid ihr, Idioten. So. Kommt her. So. Jetzt werdet ihr überrollt von diesen Dingern hier. Oder auch nicht. So. Geil. Hat Spaß gemacht gerade. Es macht immer Spaß in dem Spiel. Vor allem das Ballern ist auch geil. Das ist ja in diesem Spiel jetzt, äh, recht häufiger zu sehen, dass wir ballern. Also nicht mehr so mit Erkunden und Rätsel lösen, sondern, äh, das Ganze geht eher in Richtung Ballerei. Was ich aber nicht wirklich, äh, schlecht finde. Mir gefällt das sogar. Und heutzutage, äh, lässt sich ein Spiel auch viel besser verkaufen, wenn natürlich geballert wird. Ist auch klar. Aber, äh, ich hab da jetzt nichts gegen. Ah, ich geh da runter wieder. Ich will nämlich die Munition von denen einsammeln. Das brauche ich nämlich. Okay. Gut. Ab, weiter geht's. Außenrum geht nichts. Ich muss rüber. Ja, wir müssen's schaffen. Komm, Lara. Du schaffst das. Ach, du Scheiße. Wow. What the fuck, Alter. Alter, ist das geil. Ja. Natürlich, aufgespießt. Sowieso, sowieso. Sowieso, Alter. Was hab ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Blödes Teil, Alter. Ja, jetzt haben wir's geschafft. Parts. Slow Motion natürlich. Oh, Mann. Das ist doch scheiße, Alter. Wo hätte ich denn da hingehen sollen? Ja, nochmal hier. Machen wir das Ganze nochmal. Entweder nach rechts oder ich weiß nicht wohin. Ja, Mann. Geschafft. Ach, du Scheiße. Komm, mach auf! Ja, Mann! Yeah! Geil! Und wieder aufgeschlitzt! Alter, heute ist es brutal! Sorry, Leute, aber ich hab's nicht gesehen! Ich bin aus Versehen! Ich dachte, da könnte sie durch, durch die Blätter, aber sie hat leider den Ast getroffen! Alter, pass auf! Ich muss aufpassen, Leute! Ich muss aufpassen! Alter! Nein! Nein! Komm, schaff... Du schaffst das! Nein! Nein! Och, Mann! Die war so schnell, Alter! Die war so schnell! Da konnte ich gar nichts mehr machen! Ah, im richtigen Moment müssen wir das schaffen! Böder Scheiß! Alter, wie oft soll's mich denn... Hä, das ist doch nicht mehr normal! Sorry, Leute, aber das... Ich krieg's nicht hin! So, jetzt aber hier! Jetzt schaffen wir's! Oder, Leute? Oh, nee! Alter, wenn wir nur da ganz nah dran sind, dann ist es vorbei! Dann ist es eiskalt vorbei! Ich hab jetzt auch keinen Bock mehr, das tausendmal noch anzusehen! Ich will's jetzt mal schaffen! Komm! Alter! Das ist doch ne Scheißsequenz, Alter! Verdammte Scheiße! Ich hab da keinen Bock mehr drauf jetzt! Das regt mich auf! Mein Gott! So, nochmal! Wir schaffen das, Leute! Oh, Mann! Fick dich, Alter! Du Scheißspiel! Es ist ein gutes Spiel, aber... Nochmal! Ja, Fail! Da steht immer noch, ich sollte ziehen, aber ich hab schon längst gezogen! Komm, jetzt aber hier! Geschafft! Mein Gott, endlich! Endlich geschafft! Mann! Ist ja geil gemacht, aber wenn man die ganze Zeit am Failen ist, weil die blöden Äste überall sind, ist das scheiße! Aber wir haben's ja jetzt! Zum Glück! Ah, wo bin ich denn jetzt hier? Alter! Offene Wunden! Suchen Sie nach erster Hilfe! Ja, das ist ganz wichtig, würde ich mal sagen! Da hinten gibt's, glaube ich, nichts mehr, oder? Ich guck mal nochmal genauer... Naja... Da scheißen wir jetzt drauf! Wir laufen einfach weiter... Geradeaus... Hier muss es irgendwo Erste Hilfe geben, Leute! Alter Schwede! Wo müssen wir hin? Da vorne, okay! Ja, könnte doch sein... Durchsuchen Sie den Rettungshubschrauber! Cool! Ah, hier können wir auch erkunden alles! Ach, da sind wieder Gegner! Sowieso, sowieso! Idioten! Die Idioten sind überall! Ah, hier ist voll! Ah, würde ich mal sagen, ich geh mal... Hier rum! Ach, hier geht's gar nicht durch, oder was? Nee, hier geht's gar nicht durch! Okay, ich muss hier... Boah, ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr... Freiraum, aber... Den war anscheinend nicht so! Ab in die Gülle! Ja! Ich hoffe, es merkt keiner jetzt hier... Ich hoffe, es merkt keiner jetzt hier... Ich hoffe, es目